Ich will die Katze, Mr. Scooter. Was müssen wir da machen? Wir müssen dort an der Farbe rankommen. Okay, ich glaube, das geht in den Schritt richtiger Richtung. Ich muss gucken, dass wir jetzt weiter nach oben kriegen, damit wir die Lücke kriegen. Scheiße. Dann kommen wir immer noch nicht. Okay. 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 Nicht ablenken lassen. Okay. Jetzt. Okay. Jetzt haben wir die Farbe schwarz. Okay. 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 Ich weiß nicht, dass unser stolter Stallion das Wetter liebt. ok die musik ist kein bisschen komisch oh nein was braucht man da in farbe gar nicht ablenken lassen ich glaube rot brauchen wir nicht oder das wäre zu einfach okay ja Oh, ja. Wo ist das? Da hat man die Farbe gelb, aber gelb brauchen wir bestimmt nicht. Bin ich mir ziemlich sicher, dass da die Farbe nicht mehr benötigt wird. Die haben aber die Farbe, ja. Okay. 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 Wo mag der denn da sein? Komisch. Ziemlich komisch, die Sache. Wie ist das mit dem Feuer? Ich nehme jetzt einfach mal gelb an mich und schaue, was denn abgeht. Okay. Okay, das war richtig. Ich weiß, dass es eine Tragedie ist, aber eine schöne Tragedie ist immer besser als eine unheimlichste Existenz. Hm. In seiner eigenen Weise, ich glaube, er hat gut gemacht. Er wollte mich überwachsen. Ich hoffe, dass, wenn die Zeit gekommen ist, dass ich da, wo er failte. Er hat seine Fehler gemacht. Gott weiß, er hat viele davon gemacht. Okay. Oh, ein Brüssel-Spielchen oder was? Mit den ganzen Notizen? Finden wir noch eins. Das wäre echt nice. Das wäre echt gut. Hm. Warte mal. Das muss da hin. Der Rest ist okay. Das auch. Glaube ich. Denk ich. Hoffe ich. Ich sollte gucken. Was ist jetzt was? Das passt nicht. Das glaube ich haut auch gar nicht so hin. Ich glaube, das muss. Hä? Folk vorgeschaltet. Die Frage ist, was kommt jetzt wohin? Das ist jetzt die große Frage. Ich glaube, das sollte ich hier hin. Das ist da oben. Ja, das sieht schon mal besser aus. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube. Ich glaube, ich glaube, ich muss hier hin. Wo die eine Notiz sein soll, habe ich keine Ahnung. Ich glaube, wir neigen auch gerade den Ende hingegen. Vom gesamten Spiel und diesem DLC. Einmal jetzt alt erfahren. So weit es geht. Hier ist auch nichts weiter. Jetzt müssen wir mal gucken. Wo ist der Zettel? Ich würde ihn gerne noch finden, bevor wir Schluss machen. Wo mag der wohl sein? Es gab doch vorhin eine Einblende der Tür, wo wir noch nicht rein konnten. Ich schau erst mal hier nochmal um. Vielleicht ist er in dieser Tür noch mal drin. Kann ja sein. Finden tue ich jedoch nichts. Jetzt. Das ist der Brief. Hier haben wir auch alles. Okay. Harte. Lüng, 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 lüng. Lüng, lüng, lüng. Lüng, 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 lüng. Ich schau hier mich nochmal kurz gründlich um. Vielleicht finden wir hier noch oben was. Aber es scheint nicht so. Hier. Nö. War mir ja klar. Hier rein, ne? Die Tür ist jetzt offen. So. Nach allem dieser Zeit. Nach allem, was ich durch war. Bleib hier. Deine Mutter und ich müssen sprechen. Das ist alles, was du für mich hast? Und aus allen Bereichen, wo du dieses Raum wählst. Du denkst, dass ich das nicht höre? Stopp. Du denkst. Du denkst, dass ich da reinstecken. Ich bin so viele Erinnerungen. Ich erinnerung. Ich erinnerung. Er standen. Alle entspannt und erinnerung. Erinnerung. Das ist ein Stück von Kanvas. was somehow going to fix everything i imagined what i would say to him what i would do my daddy you shouldn't have oh sie ist jetzt tot das war layers of fear und die dlc inheritance und der gesamten spiel das war richtig geil das spiel muss ich echt sagen wie gesagt schon ein paar eindeutig habe ich ja schon bei den letzten credits gesagt mir sehr gut gefallen die grafik die atmosphäre so die sage ich jetzt mal bewertung ist in der projektliste das unbeschreiblich heiße dieser voller ja gut jetzt soll man dazu sagen woran hat sie liegen ja woran hat sie liegen so so naja wie dem auch sei das war let's play layers of fear mit dem antirritents dc viel dank fürs zuschauen vielen dank fürs dabei sein es hat mir eine freude gemacht euch damit zu unterhalten euch damit zu unterhalten vielen dank für eure unterstützung wir sind jetzt in den nächsten parts wieder und bis dahin sag ich bye bye bis zum nächsten horror projekt bis zu den anderen projekten hat mir sehr viel spaß gemacht hat sehr viel spaß gemacht das spiel und ja ich bin fertig ich bin fertig okay bitte mal so bis zum nächsten mal bis zum nächsten projekten das war der logik mit layers of fear vielen dank fürs zuschauen ich sag jetzt nichts mehr hohe drei leute und schau bis zum nächsten mal 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 Vielen Dank.